Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Update-Video. Sorry, dass es ein bisschen zu spät kommt, aber ich musste sehr viel an was bearbeiten. Erstmal diesen Zucks, dass es wirklich an einem seltenen Punkt immer noch kommt. Wie findet ihr es eigentlich? Ah, ich hab vergessen, dass die Sounddatei nicht unendlich lang geloopt ist. Ich hab das nicht ganz perfekt einstellen können. Sorry noch. Aber das kommt noch. Aber das Geile daran ist, es gelangt schnell zum Spiel. Leider gibt's hier einen Fehler. Ihr seht, der Hintergrund ist etwas bläulich. Hier hat man es... Hier sieht man es schon. Problem. Oh, Smile ist weg. Das ist das zweite Problem. Der Bug existiert immer noch hier auf dem Boden. Oh, Smile ist wieder weg. Man sieht's eigentlich nicht. Die Kamera hab ich ja auch wieder gefixt. Das ist... Endlich wieder funktioniert. Das Mal hat, äh, immer eigentlich funktioniert. Die Kamera... Dieser Scheiß... Leider funktioniert's noch nicht, dass ich bei Steuerung gewinne. Aber ich will euch noch eine Sache zeigen, bevor ich das mache. Weil ich hab hier ein Geheimnis eingebaut. Jaaaaaah! Yeah, ich hab gewonnen. Nur leider ist das noch der Anfang des Sieges-Screens. Wie gefällt euch die Konfette? Hab ich nicht von Scott Carson. Ihr könnt nichts sagen. Das ist nicht von Scott Carson. Allgemein, dieser Design, dass es geloopt wird, ist auch total nicht mal meine Idee. Nein, jetzt bleiben wir mal ernst. Das ist von Scott Carson, diese Effekte. Aber okay, kommt schon. Das kann jedermann so bei der Vierecke, die irgendwie Partikel überall hin rumfliegen. Das ist nicht wirklich kreativ. Aber egal. Da wird noch was kommen. Allgemein im Sieges-Screen ist ja ein kleines Geheimnis. Ich verrate's euch nicht was, aber es gibt ein kleines Geheimnis. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!